Waldbrandgefahr ruft Beobachtungsflüge auf den Plan. Am bevorstehenden Wochenende werden auch bei uns in Niederbayern Temperaturen von über 33 Grad erwartet. Aufgrund der aktuellen Trockenheit in Verbindung mit der Hitze hat deshalb nun die Regierung von Niederbayern für Sonntag Beobachtungsflüge aus der Luft angeordnet. Geflogen werden jeweils zwei Routen ab Straubing und Abambruck. Die ausgebildeten Luftbeobachter sollen damit schon potenzielle kleine Glutnester in Wiesen, Feldern und Wäldern entdecken und entsprechend die Feuerwehren alarmieren. Die Regierung appelliert außerdem dringend in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Besondere Warnhinweise gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind.